Du rettest mir da grad meinen Arsch. Du musst dir ein bisschen Gas geben. Bist du talentiert und verschwendest alles. Ja, ja, sagt die Hanna auch immer. Die Geschichte ist gut. Sie können gern das ganze Buch haben. Zusammenfassung reicht. Kopf hoch, Schatz. Schakomo, bei Fuß. Schakomo. Hanna, du hast da definitiv die falsche Hintas gesucht. Oaschloch, Kies. Somit ist bei der österreichischen Polizei gemacht. Du wachst mir ein für das Oaschloch. Es war Maximilian Feldner. Wie ist denn das möglich? Ich war doch auf seiner Beerdigung. Dachte ich auch. Ich bin unschuldig. Ich habe überhaupt nichts getan. Ich möchte meinen Anwalt sprechen. Schönen Abend noch. Was, du die Verschüsse, die sich der Anlag fütert? Wir glauben, du bist tot. Ich heiße übrigens auch, Hanna. Innerhalb weniger Augenblicke muss das gesamte Nervensystem zusammengebrochen sein. Wenn Sie mich fragen, sind die beiden erstickt. Gleich in der Mordkommission. Kommen wir mal raus, Kuttern. Max? Max, wo steckst du? Und warum ist Schakomo heute alleine nach Hause gekommen? Was schön weibricht? Da musst du schon gescheit laufen, du, du Amateur. Wenn das überhaupt die richtige Name ist. Das ist ja aus meinem Haus, du Koniker. Ich glaube, du bist tot. Du bist von Hannes nicht vergeben. Weißt du, wie Verschüsse sich der Anlag fütert? Ich wohne schon lange nicht mehr da. Wo warst du die letzten drei Jahre? Ich wohne nicht mehr. Geld verändert die Menschen. Es korrumpiert. Zerstört Leben. Glaubst du, dass jetzt deswegen ein Panic wird? Glaubst du, dass irgendjemand deswegen ein Panic wird?